Ja, dass jetzt eine kleine Vorstellung kommt über unsere Kompanie. Und das Leben bei der Bundeswehr. Genau, das Leben bei der Bundeswehr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den nächsten Folgen. Und ich hoffe, Sie sind nicht zu schockiert über das harte Leben bei der Bundeswehr. Ja, das Leben bei der Bundeswehr. Ja, das Leben bei der Bundeswehr. Oh mein Gott, ein Feuer riecht aus. Oh mein Gott, ein Feuer riecht aus. Das Leben bei der Bundeswehr. Das Leben bei der Bundeswehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017